Hallo Leute, hier ist mein Start, die Kleine, süße Selina, mit Mama am Start. Und wir spielen heute Pet Story. Ja, komm, geh mir. Komm, komm Mama. Okay, dann geht's los. Äh, wir sind, okay, dann hier, komm mal. Warte, wo bist du? Hier. Hier. Huch. Huch. Wo bist du? Hier. Huch, huch. Hier sind sieben. Wow, viele. Und ich auskomme Druck. Okay, okay. Okay, gleich. Und wir können uns hin. Du wirst uns hin. Okay? Okay. Keine Ahnung, okay? Guck mal, es geht. Ja, wir fahren los. Lenita, komm hier. Komm hier, komm hier. Hier sind so, wie so. Siehst du das? Ich bin gar nicht. Du musst uns hin. Du musst das aufzahlen. Ja, wir fahren los. Okay. Nein, wir fahren los. Nein, wir fahren los. Okay. Okay. Wow. Du bist so viel. Ja. Cool, ne? Du musst die einsammeln. Ja. Alle. Ich mach das auch. Ich mach das auch. Und hier. Ja. Ja. Lüge. Lüge. Mensch. Das ist er. Das ist er. Hallo. Okay. Das ist leise. Das ist nicht gut. Okay. Ja. 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 Wir haben einen Besuch. Was? Ja. Ja. Warte kurz, ich spiele hier. Ich bin in der Spielplatz. Warte kurz, ich komme. Ja. Warte kurz, ich komme. Gute Morgen Süße. Hallo Granny. Oh, das ist eine Oma. Oh, das ist eine Oma. Hallo. Huuu. Oh, die. Das ist, das ist Canela. Das ist Bra. Das ist Elendita. Das ist Adda. Das ist Seflüge. Das ist Adda. Das ist Ehrer, das ist ein Loki. Yay! So, ich bin schreibt. Wo sind die Wolken? Das ist du! Das ist die Kinder. Oh, okay. Das ist sie. Bitte adoptieren mich! Bitte adoptieren mich! Bitte adoptieren mich! Mama nicht! Ich glaube alle! Alle! Schnell! Du musst in den Truck. Bist du drinnen? Komm schnell! So viel! So viel! Wow! 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 Ja! Zeit nach Hause zu gehen! Ja! Ich auch! Oh! Oh, wir sind da! Willkommen zu Hause! Ja! Wir sind zu Hause! Komm mal, komm mal! Wir können uns alle sehen! Guck mal hier! Es sind Knochen! Wo ist denn die Öl? Oh! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Hm! Leute, die Mama geht es nicht gut! Also, Mama geht es nicht gut! Mama hat es nicht geschafft! Mama hat es nicht geschafft! Was er fühlt, ich glaube. Ja, das fühlst du in die Öl. Hm, Leute. Aber du kannst mich ja sehen. Ich sehe dich, ja. Nee, hier. Guck mal. Spring auf dem Bett. Schuh. Beißen. Hm, Leute. Mama hat es nicht geschlafen. Hier ist eine Taube. Hm, komisch. Gern, die schläft ein. Die schläft ein. Hm. Aber du kannst mich ja gucken, was ich so mache. Okay, ich gucke. Jetzt wird das ein bisschen entschützt. Jetzt kommt es nochmal mit rein. Was? Was bedeutet das? Aber jede Nacht, wenn Grämie einschläft, das Haus will Kakerlagen befallen. Du musst helfen, sie zu töten mit Beißen. So, komm. Stellt nur sicher, sie nicht berühmt, wenn sie fliegen. Okay. Du bist da. Ja, aber... Nein, warte kurz. Mama, warte kurz. Okay, Entschuldigung. Okay. So muss ich. Okay, bist du da? Nein. Hm? Okay. Müsst du die Kakerlagen fangen? Tja. I like it. I got it. Oh nein. Das ist so sehr gut. Von den Bösen. Ja, nicht so schön. Nach 20 Uhr fühle. Aua. Tja. 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 Noch elf. Ah, du bist am Anfang, Leute. Mama ist am Anfang. Ja, aber du kannst mich gucken, Leute. Ja. Nicht so schön. Was, die Kakerlagen? Nein. Nein. Wenn die fliegen, machen die dann... Oh. Siehst du? Das tut weh, wenn die fliegen. Die muss Energie haben. Oh, ich weiß, die kann. Oh, dass du nicht mehr pocket derivieren kannst. Oh. Oh! Oh! Oh, ich weiß ja. Mein miesk Prayer. Ihr solltet besser hier zu schlafen, okay. Hier. Ich schlaufe meine Runde. Ich habe schon geschlafen. Ich schlafe schon. Mal gucken. Der Sovasmus ist. Ich schlaufe die Runde. Ich schlaufe die Runde. Ich bin värld. Ich will wieder meine schlechten Träume sein. Wir stecken jetzt hier fest, ja? Wir stecken hier ganz fest. Haha! Stuck! Du kannst nicht jagen! Super gut, oder? Habt ihr nicht geschickt bekommen? Ja, wer eine? Wir sollten die Lektion erteilen. Ja, wir müssen eine erteilen. Ja, du musst abstimmen. Ich nehme hier die Taube, oder? Genau, ich muss gehen. Okay. Ich muss gehen. Sonst versuchen wir das Fenster aufzuschließen. Ja! Wir haben gesagt! Was? Ich kann nicht. Warum? Was? Gut. Ihr wisst, dass ich nicht ernst gemeint habe, oder? Was ist los da? Was ist los? Ist euch klar, wie wir ihn ärgern? Haha! Nicht so selbst wahr! Oh nein, was passiert? Ich bin gefallen! Bist du ein Drack? Ja! Was habt ihr für eine Pyramide gemacht? Wir haben eine Pyramide gemacht, Leute! Was sind wir denn? Was ist gerade? Ich finde es. Ich habe mir. Ja, ich habe mir. Ich habe mir einen Mond klatsch. Oh, meine Dumme. Finde einen Weg, den Obse verlassen. Ich weiß! Ich weiß, ich weiß. Weißt du, wo es lang geht? Hier ist ein Schlüssel. Ich habe es gefunden. Nein. Nein. Wir brauchen nicht essen. Wir brauchen nicht. Okay, dann können wir uns das nur gebrauchen. Ja. Wo sind sie denn? Sind sie das Essen? Dann wird es. Was? Wir sind doch nicht das Essen, oder? Ja, gut. Muss ich noch das machen? Ja. Ja. Es die, es die, es die. Au, au. Was sind die? Ehrlich? Ich kann nur mit Schafen gehen. Ich brauche Essen sofort. Nein. Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Sonst bin ich da. Versteck mich. und so ein Mal. Die haben mich bei dir hinten angefangen. Und dann riecht mich er. Okay. Ich brauche es nur noch rein. Es ist ja nichts zu tun. Es ist ja nichts zu tun. Es ist nicht alles zu tun. diesen Schlüssel? Ja! Da musst du mich fangen! Hey! Gefangen! Gefangen, gefangen, gefangen! Gefangen! Nehmt der Schlüssel die Tor auf und sollte ich ihn rauchen. Großartig, öffne das Tor, damit wir rauskommen können. Wo ist das denn? Hallo? Ah! Oh! Danke, alle! Oh nein! Wo sind wir? Ja, wo sind wir?